Theresa? Das ist eine Überraschung. Hi! Hallo, ich bin Nilam. Ich spiele bei Radio Date die Patricia und wir sind heute auf der Premiere in München. Ich fand den Film unfassbar toll. Der war so emotional. Ich habe Tränen gelacht und geweint. Kannst du mal eine Woche keinen Typen daten? Was ist ein Date? Ist ein bisschen so wie ein Kindergeburtstag. Nur, dass nur ein Kind da ist und man es vorher nicht kennt. Den Film muss man im Kino sehen, weil nur da die Atmosphäre richtig gut rüberkommt. Wenn ihr mir mal folgt, dann zeige ich euch, wie das hier wirklich läuft. Komm! Ich fand es total lustig. Wir haben echt viel gelacht. Super lustig, toller Cast, cooles Thema. Wir haben uns gefragt, gibt es die App? Ich finde, wir sollten die Erfahrung machen, mit anderen zu schlafen. Super lustig. Was Neues und cool. Total unterhaltsam. Ich bin popcornsüchtig und das ist der einzige Grund, warum ich heute hier bin. Ich habe gehört, es ist umsonst. Seine Family gehört irgendeine Bank. Ist das ein Tag zum Bumsetti oder was? Wir sind bei den Dreharbeiten so ins Schwitzen gekommen. 40 Grad, uns lief die Suppe runter. Was sollen wir noch machen? Also wenn das nicht ein geiler Film wird. Also ich war ehrlich total begeistert. Ich fand ihn sehr beliebend. Der macht Spaß. Super begeistert von dem Film. Super aktuell. Mega cooler Film. Und ab 7. März nur im Kino. Die App ist online. Freude. Freude. Freude sein, ja? Freude ist gut. Das ist der Grund, warum wir uns getrennt haben. Du hast nie an mich geglaubt. Nee, der Grund ist, dass du deine Gitarristin gebumst hast. Du verstehst nichts von Musik. Das hier. Vielen Dank.